Ich hab keine Waffe, Nico. Doch, ich hab ne Alternator, Nico. Ja, natürlich weißt du, dass ich hier bin und dass ich da gleich pieken werde. Das wusste ich, ja. Ja, und deswegen gehen wir in die Skeleton. Hallo. Darf ich aufwärts in die Skeleton landen? Nein, das passiert überall. Oh, ich weiß noch, sind wir nicht auf Skaltern gelandet, als ich auf Controller gespielt hab? Yes. Ich glaub schon. Was ist der Revenant? Revenant. Ah, der hielt sich. Ich hab 340 Schuss. Was macht ihr da oben? Spielt ihr da? Wo ist der Revenant hin? He disappeared. Vanished Gold. Hä? Wo ist der hin? Ah, der wichst hat mich. Ah, moin. Hä? Davon mach ich gleich nen Clip. Na ja, wir stehen. Das ist die Haus. Aber da ist ja.